Kennst du Menschen in deinem Umfeld, die in einer Beziehung sind, aber überhaupt nicht glücklich darin sind? Und kennst du aber auch Menschen, die Single sind und trotzdem nicht zufrieden sind mit ihrer Beziehung? Weil wir Menschen oftmals nach etwas suchen, im Außen etwas suchen, weil wir andere Menschen dafür verantwortlich machen, dass wir glücklich werden. Stellst du dir nicht auch manchmal die Frage, kann es denn überhaupt sein, dass es eine Beziehung ist, die mich glücklich macht? Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir den Spieß umdrehen und sagen, hey, ich werde erstmal glücklich, ich fülle mich erstmal auf und gehe dann raus und suche mir die Beziehung, die ich verdiene, oh mein Gott! Ich bin der feste, 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 ich Bis zum nächsten Mal.